hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren let's play von sniper elite 3 ja wir werden heute ein bisschen anders spielen ich werde nämlich mal zu spielen wie richtiger sniper halt ich habe mir dafür meinen hapag geholt das ist ein berechnungs ding für das scharfschützen gewehr das ist leider genug um meine schüsse zu überdecken ich will doch die schüsse nicht überdecken ich will ihn jetzt und jetzt bist du kaputt mein kleiner kleiner mann das hat doch heißen soll die er die nehmen von nazis und mein krüppelgewehr ja machen wir doch das was ich auch machen wollte wer eigentlich ja dass ich da wen muss ich den töten den da okay jetzt gibt es ja hier die fokuszeit die man machen kann aber wir machen jetzt mal auf unsere weise habe ich hier auch irgendwo ein feldstecher ein feldstecher wir nicht schlecht nie habe ich nicht daneben nicht da würde ich sagen die distanz ist so ich würde sagen 100 meter jetzt habe ich auf meinen hapag nicht drauf da müssen haben die winkelschwindigkeit das wären ungefähr 0 bis 2 meter eine sekunde nach so das von links rechts könnte man jetzt sonst alles ausmessen was jetzt aber nicht dann kann man die luft anhalten und dann kann man eben mal voll in den rücken schließen ich hoffe ich habe es jetzt beim lärm getroffen glaubt was muss dieser leichner ich wechsle den standort ich will auch nicht den standort wechseln feinde finden sich anhand des lärms eine schüsse abgeben diese erkennst du anhand des standard wechsel palkens ein schuss zwei schuss der erste schuss zwingt sie in deckung zu gehen mit je weiter schuss werden die nachforschung schlicht einfach zu angreifen weiter weil ich dein standort bevor sie dir zu nahe kommen indem du dich auf die position die auf der minikarte angezeigt werden wegbewegst du kannst wieder gefahrlos schießen wenn sich der standort wechselbalken leert ja eben hier kann ich ja leider leider nicht so gut im schließen wenn ich dir scharf schütze bei mir fehlt eindeutig das ganze distanzzeug und ich kann mit dem gewehr kann ich nicht ganz so gut alles klar spielen mal aus wie viel gegner sind dort weil ich heute mal gebeten eben ein bisschen randale zu machen aber mache ich doch jetzt gerade nämlich nicht die pistole leichen haben gefunden ich würde ich wollte gerne die pistole haben so genau die jetzt noch mal ein bisschen randale das war das das war nichts hier nichts 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 ist alles in ordnung guck sich hin ist alles mehr als genug gut ist hier irgendwo nein nein hier ist niemand hier ist niemand ich bin ich da dann machen wir ein bisschen randale das würde ich dann machen wir jetzt auch müssen die arschkeige hin kommt die arschkeige jetzt ist noch eine arschkeige auf dem turm hallo so jetzt gibt es auf dem sap ein bürschchen wechsel 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 magazin wechsel magazin komm wechsel magazin komm 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 keine munition was keine munition kann doch nicht sein wenn wieder sofort meine alte waffen wechseln hier kann ich mein fern glas einsetzen ach jetzt kannst du plötzlich fern glassen benutzen ach jetzt geht so ein problem jetzt ist mir scheißegal dass da wo ihr hingeht ja kommt mir nur entgegen ihr kleine schweine hier klein schweine priester ja da könnte ich hätte ich jetzt mal entfernen lassen können ich habe es vergessen ich habe seit einer woche nicht mehr spiel ja muss ganz in der nähe sein log ich bin ganz in der nähe ihr klein wichser sterbt ihr schweine verdammt ich hoffe es ist scheiße für das was keine munition frisst das du schweine priester frisst das aber verdammt hat auch gereicht der kleinen wichser haben sie mich das letzte mal gesehen da kommen sie sich ein der kleine schweine kriegt mich nie schweine kriegt mich nie schweine schweine kriegt mich nie schweine wechsel erfolgreich denkst du ich hätte dich nicht gesehen du kleiner wichser was denkst du eigentlich wo du hier bist der naja ja gut ins knie gleich tot ist nicht ganz logisch aber ist passiert kommt in den besten familien vor habe ich gehört wo sind die in die weiten wechsel du kleine schweine ui und da kommt die kugel für dich wunderbar ist auch noch jemand wir haben bock zu sterben hier doch gerade jemand da der noch sterben möchte nicht so da war jetzt richtig schrandale nicht ganz scharfschützen mäßig halt aber komm man kann ja schließlich nicht immer gewinnen aber jetzt gehen wir wieder ein bisschen taktischer vor ich möchte gerne ich möchte gerne die leiche durchstöbern wenn das ginge wunderbar ein verband habe ich gefunden ich glaube es wäre nicht schlecht hier haben wir hier weiter eine granate ich nehme da euch mal die waffe weg weil die scheiße gesagt haben wir sowieso besser geknallt also haben wir jedenfalls immer munition dazu das ist schüsse was sind das dann für den arsch sechs schüsse hey ola ein verbandskasten na den lugen zu tauschen um welrot gegen lugen zu tauschen infos offiziers einteilung general general major koch ihr befehle folge leisten habe ich eine karte der offiziers einteilung in garderaum beigefügt ich hoffe sie ist general wahlen und ihnen von nutzen hauptmann salvador ja dann tauschen wir doch das ding ach ne ich will doch nicht die lugen die scheiße meine chante im pfeil hallo geht's noch töten 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 ja machen wir doch töten alles was da in unsere nähe kommt dafür gehen wir am besten auf eine erhöhte position kann ich da hinten durch ich möchte gerne hier durch geht natürlich nicht ja kann ich denn hier hoch das wäre noch so eine schöne erhöhte position von sniper funktioniert logischerweise nicht fern glasmäßig dass sie nicht mal die distanz ist scheiße ausrechnen kann ich es auch nicht da ich dieses fern glas nicht kenne ich bin schon wieder zu roten ach so ich schleiche nicht mal hier weil ich nicht weiß was mich hier wartet dann gucke ich mich mal ein bisschen um was ich schon mal nehmen könnte wären verbannt komm es jetzt hier mal spannen ach ist ja schon so aber wir nehmen als sekundär wieder die granate das hängt mir ja so wunderbar okay da ist ein gegner die frage wie viele gegner sind hier insgesamt ich bin hier leider ich hätte da hinten durch sollen da hatte ich eine erhöhte position ich glaube der ist im schlafen die kann es kippen machen markieren 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 markier das markieren weiß ich immer wie man es markiert scheißegal jedenfalls suchen wir uns wieder eine erhöhte position ich glaube da hinten wäre nicht schlecht gehen wir doch mal hin da hinten hoch das sieht einigermaßen in Ordnung aus machen wir uns mal einen Überblick über das ganze die ganzen Standorte hier wo sich was sich hier alles findet jetzt habe ich die Pistole dann werden wir den leise töten Kopfschuss das ist ein schneller Tod okay wie sieht es weiter hier aus ich sehe eigentlich okay bevor der kommt nehmen wir den mit den hoffen und andere sieht uns nicht obwohl das ziemlich leicht wäre wenn der nach hinten gucken würde so haben wir den da hingesetzt das hat hier geheißen was ich hier machen sollte oh da kommt gleich einer da darf ich mich nicht sehen dann können wir den dann von hinten so gesehen gesagt erstechen hier ist nix hier ist nix dein Kumpel der ist was essen gegangen der ist nicht mal hier geh mal weiter na los geh weiter bewegt deinen Arsch ja so wollte ich das dass er seinen fetten Arsch bewegt damit ich mich da schön anschleichen kann und niemand mich bemerkt vielleicht vielleicht doch der ist noch ein bisschen zu weit weg für meine Pistole auf jeden Fall der läuft nicht da an einem anderen Ort hin an einer anderen Wache so gesehen in den Weg so komm ich schraube ihn mal aus und dann nehmen wir die Schau gleich mit gleich noch am werfen bis dahin so wie sieht es weiter hin aus da drüben ist einer da unten ist eine Wache ähm ja ist hier auch hier nur noch eine Wache scheint nicht was 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 scharfschützennest achten scharfschützennest ist da da gehen wir doch direkt hin muss ich nur gucken dass ich da keinem irgendwie in die Finger lauf das würde mir bei einem Überraschungsangriff Rückendeckung geben naja war doch schnell oder dann Montino halt verfalle okay wer ist da noch beschäftigt mit sich ähm ähm Antifahrzeugmine mit einem Aktivierungsradius hier wäre doch nicht schlecht oder ich glaube wäre nicht schlecht den killen wir schon leise von hinten ich muss mal sagen Tritt gegen schießen auf kleinere Geräusche verdammt die haben mich gesehen die haben mich jetzt gesehen ja schon wird äh noch schwer ja ich bin immer noch im gleichen Ort meine lieben Freunde immer noch alles klar hat mich niemand gesehen scharfschützen erst betreten okay jetzt vielleicht noch ein scharfschützengewehr so ich würde mich sagen schießen wir doch den gleich ins Genick so ich habe die falsche Tasse gedrückt sorry Leute ja da bleibt nicht mehr viel übrig von um leicht zu durchsuchen da habe möglichst Gegenstände Munition Waffenupgrades mit und ich habe die falsche Tasse gedrückt siehst du den da den kleinen Wichserrad ja jetzt soll ich Standort wechseln und jetzt soll der noch nach vorne kommen hey kleiner Wichser Oh, scheiße. Das war jetzt echt scheiße von mir. Jetzt habe ich es voll vergeben. Also jetzt habe ich es verkackt, meine lieben Leute. Ich habe es übelst verkackt. So, aber jetzt sollte ich... Jetzt muss ich gehen. Bewege dich, bewege dich, bewege dich, bewege dich. So. Moin zum Teufel steckt der. Das war jetzt scheiße von mir. Habe ich jetzt richtig, äh, versorgt. Oh, da ist einer. Ich darf mich bloß nicht sehen. Warum kann ich da hin? Komm, ist alles in Ordnung. Ich bin nicht mehr da. Komm. Ja, das kann er, ja. Habt ihr ja richtig gesehen. Er ist hier irgendwo. Ja, dann würde ich sagen, hier im Getränke hören wir direkt auf. Man sieht sich im nächsten Party. Ich hoffe, ihr seid da dabei. Und bis dann. Tschüss.